Kapitel 15 Negation Beispiel Ich komme aus Japan. Ich komme nicht aus Japan. Und jetzt Sie. Ich komme aus Japan. Ich komme nicht aus Japan. Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin 52 Jahre alt. Ich wohne in Bonn. Ich wohne nicht in Bonn. Ich bin 53 Jahre alt. Ich habe Kinder. Ich habe keine Kinder. Das sind meine Kinder. Das sind nicht meine Kinder. Ich habe Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich trinke einen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Ich bin müde. Ich bin nicht müde. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt. Vielen Dank.